... Musik ... 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 ... Herr Minister Hauptmann Drusch, ... Herr Vorsitzender der DAT sich melden, die Artillerie-Einsatzgruppe zu einweisen. Herzlichen Dank Herr Hauptmann, ich grüße Sie. Herr Minister. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Frau Saala. Guten Morgen. Herr Verlegung, Kulturverlegung der Artillerie, am 16.04. der erste Vorbefehl Heeresführungskommando, unser Verband der Rohrartillerie mit hier, sondern auch für die Drohnen und für die Hubschrauber. Die Instandsetzungsberge und Struktur findet sich im Regionalkommando wieder. Dort ist die Coordination through mit dem Oberstleutnant. Die Konferenz ist von großer Wichtigkeit. Sie ist natürlich als eine Fortschreibung, Fortsetzung dessen zu sehen, was sich in London auf der Konferenz ereignet hat. Und wir erwarten uns Signale. Das müssen natürlich aber auch Signale sein, die entsprechend von Afghanistan selbst ausgehen. Es kann nicht nur die internationale Gemeinschaft sein, die hier in der Pflicht steht, sondern es gilt auch, die nationale Verantwortung zu sehen. Und in dem Sinne muss auch Kabul die Chance ergreifen. Es ist schneller Zugriff gewährleistet werden kann. In einer anderen Fahrt. Ein Volk. Die Autos ist ja alles aufgeladen. So ein Zeichen zurückzukommen. Rein technische Zeichen. Die Autos ist ja alles aufgeladen.